Musik Musik Einen wunderschönen guten Morgen, Liebe Traderinnen und Trader, ich sehe gerade noch, die Stummschaltung ist aktiviert hier. Jetzt können mich auch die Zuschauer über Zoom mithören. Ja, guten Morgen zusammen. Willkommen zurück in den Märkten, das hin und her geht weiter. Wir schwanken schön hoch, wir schwanken schön runter. Bei einigen Währungen mittlerweile an interessanten Positionen um Schwellen an Ranges bzw. Widerstandsmarken. Deswegen schauen wir heute auf Austral-Dollar, US-Dollar. Wir schalten auf Austral-Dollar, Kan-Dollar und Neuseeland-Kan-Dollar. Und natürlich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Dazu bitte einfach rein in die Chats. Was interessiert? Ich kümmere mich sehr, sehr gerne darum. Die ersten Fragen flattern hier auch schon ein. In diesem Sinne, kurzen Augenblick, ich muss mich hier nur mal eben in die entsprechende Technik noch so ein bisschen einarbeiten. Zoom ist mir noch nicht ganz so läufig, wie es im Go-To gewesen ist. Aber das kriegen wir alles schon noch hin. Die guten Morgengrüße flattern ein, das freut mich sehr. Die gebe ich gerne auch zurück. Ja, wir starten, wie schon gesagt, in die Währungen heute. Gerne auch den ein oder anderen Index, wenn das gewünscht ist, rein in die Chats. Ich blicke gerne drauf. Aber ich weiß, viele wollen hier Währungen sehen. Aber die Indizes sind halt auch immer mal gefragt und auch immer interessant. Deswegen den Fokus schiebe ich gerne auch mal Richtung Indizes. Wir werden übrigens am Freitag, ich habe die letzten Tage auch so ein bisschen Wirtschaftsnachrichten wie immer gesehen. Und habe halt auch gemerkt, bei dem Thema der, sage ich mal, wirtschaftlichen Entwicklung hier bei uns in Deutschland. Deutschland ist ja ein Exportland. Hängt ja relativ viel davon ab, wie sich die, sage ich mal, Wirtschaften um Deutschland herum entwickeln. Angela Merkel hat ja auch ihre Politik etwas geändert in puncto Unterstützung der EU-Staaten ringsrum. Ohne da jetzt politisch zu werden, um das mal auf den Punkt zu bringen. Nenner ist jetzt der, wenn wir den anderen helfen, helfen wir uns ja auch mit. Das ist eine nette Aussage an dieser Stelle. Und diese Aussage hat mich da drauf gebracht, dass ich hier an dieser Stelle einfach auch mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben möchte, wie ich mir die Märkte anschaue, unter welchen Prämissen ich mir die Märkte anschaue. Und wie wir so, ich sage mal, das wirtschaftliche Zusammenspiel der unterschiedlichen Regionen hier in Europa bzw. auch in der Welt zunutze machen können. Und das machen wir am Freitag sozusagen im Spezial nach der Besprechung der Märkte. Da gehen wir rein und da schauen wir einfach mal, was wir aus den Charts lesen können und welche Erwartungen wir rausziehen können. Thema, Korrelationen und, und, und. Das ist ein sehr interessantes Thema für all diejenigen, die auch ein bisschen Research machen und sich nicht nur hier klassisch nur auf die Charttechnik verlassen. Das, wie ich schon gesagt, am Freitag nach, ja, den Handelsideen und der dicken, fetten Marktanalyse im deutschen Index und natürlich auch in den US-Indizes. Joa, wir machen weiter hier und schauen zunächst noch kurz auf den Risikohinweis, wie immer bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den aktuellen Tagesnachrichten. Wir haben es ja in der letzten Woche auch gesehen, so wahnsinnig viel wartet an Nachrichten diese Woche nicht. Das heißt, die Märkte sind mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und das sind häufig gute Situationen, dass die klassische Technik an den Märkten gut funktioniert. Also die Trendtechnik, die Dau-Theorie, die Markttechnik, wie man das Ganze beziffern will, am Ende ist alles auf Trends basiert. Und das funktioniert in solchen Phasen relativ gut. Ein paar Nachrichten gibt es heute. Wir bekommen irgendwann im laufenden Tage den Halbjahresbericht von dem Finanzhalbjahresbericht aus den USA. 10.45 Uhr spricht EZB Vize. Dann kriegen wir um 11 Uhr eine Wirtschaftsprognose für die Eurozone. Das wird übrigens relativ interessant, was die Prognose bringt. Ob sie dann am Ende eintritt, ist mal eine ganz andere Geschichte. Lesweise hier allerdings muss man sagen, ist halt wichtig, sieht man Hoffnung oder eher Gefahr. Das ist der Punkt. Und das sind wichtige Marke für die zukünftige Entwicklung auch. Das Thema Impfstoffe und so weiter und so fort, die Entwicklung gibt ja immer auch so ein bisschen Hoffnung. Momentan spielt aber etwas die Angst mit vor einer erneuten Aufflammung der Corona-Geschichte. Wir sehen es ja, was momentan los ist. Wir hören es ja auch in den Urlaubsregionen, wo wir jetzt gerade aktuell auch in Kroatien, so heißt das Land, wo wir ein starkes Aufflammen von Corona-Fällen wieder sehen durch Touristen, die ins Land kommen. Also das ist ein Thema, das ist gar nicht so einfach zu sehen und das gibt dann natürlich auch die Gefahr, dass wenn Urlauber beispielsweise aus Deutschland in solche Länder reisen und etwas zurückbringen, dass das hier bei uns dann wieder größer wird. Also es ist gar nicht so einfach, die Situation hier an diesen Märkten momentan, wo die Orientierung hingeht. Und kurzfristig wird halt immer auch mal so ein bisschen Angst gespielt. Da werden häufiger Risk-Off-Strategien getradet, das heißt hochverkaufen, nochmal Gewinne mitnehmen bei steigenden Kursen. Das ist das, was wir momentan so ein bisschen an den Märkten sehen. Es kann dann natürlich dazu führen, dass das Ganze einfach nach oben schleicht und immer mal wieder abverkauft wird und dann trotzdem weiter nach oben schleicht. Das wird man sehen, aber das ist so ein bisschen das Verhalten, zumindest gerade mit Blick auf die Indizes. Was gibt es heute noch? Ja, EZB Vize, der spricht heute sozusagen zweimal. 16.30 gibt es die Rohöl-Lagerbestände. Öl ja in den letzten Tagen schön gestiegen. Da freue ich mich sehr über all diejenigen, die auch das Setup getradet haben, was wir hier in den Morning Briefings miteinander besprochen haben. Und das war es schon gewesen. Also viel Nachrichten gibt es heute nicht wirklich. Wie gesagt, die Rohöl-Lagerbestände ist das einzigste, was wir hier mit, ja, sag ich mal, drei Sternen sehen, neben dem MPC-Anhörungsausschuss in Großbritannien, in UK. Das ist da. Gestern übrigens hatten wir ja noch Job-Nachrichten aus den USA. Die öffentlichen Stellen sind besser ausgefallen als erwartet. Also da wurden mehr Stellen geschaffen als der Markt. Das angenommen, das zu den Nachrichten. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was die Charts so herzeigen. Wir starten mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Mache ich einfach mal auf an dieser Stelle. Das Bild mache ich hier für den Stream noch groß auf Facebook, dass man es auch gut erkennen kann. Ich bitte so ein bisschen zu entschuldigen, dass der Chart jetzt hier erst mal so klein ist. Ich konnte das leider auch für den Blog nicht anders machen. Ich hätte es gern gehabt, dass ich die Charts oder die Kerzen näher sehe. Das Problem ist einfach nur, dass wir das Potenzial zur Oberseite nicht sehen können, wenn ich den Chart so groß mache. Nämlich, das ist genau hier oben dieser Verkaufsbereich, also für die Long-Seite. Wir haben es ja gesehen, was passiert. Ich mache den Chart auch gleich groß hier an dieser Stelle. Nur wichtig ist eins, schaut mal hier hinten. Dieser Bereich, das ist ein Verkaufsbereich hier oben. Da ist auch hier eine Korrektur reingegangen in diesem Abwärtstrend, der hier nach unten lief. Und das ist mal das nächste Anlauflevel auf der Oberseite. Und jetzt können wir hier nämlich ein bisschen näher rangehen. Jetzt wissen wir, wo diese rote Linie hier oben herkommt. Und da kann ich hier jetzt auch etwas ranzoomen. Nämlich, das Verhalten der Markthandemer hier oben ist echt eine wichtige Sache. Und zwar, warum ist das eine wichtige Sache? Auch hier befinden wir uns in einem Widerstandsbereich. Ich mache es nochmal kurz klein, dass wir es sehen können. Schaut mal hier. Moment, da muss ich noch eins kleiner gehen. Naja, was ist hier? Ah, ich weiß warum hier. Zack, so, jetzt ein bisschen mehr Platz. Also, schaut mal, diese Marke hier oben, 0,8915, ist auch ein Verkaufsbereich. Und das ist ein Verkaufsbereich, da sind wir, nachdem wir aus dieser Trading Range hier drüben ausgebrochen sind, schön dynamisch oben reingelaufen. Und das ist das Interessante. Da kam wirklich mal endlich nach einer ewigen Seitwärtsphase hier oben wieder Dynamik ins Spiel. Und zwar hat diese Dynamik genau dort angefangen, wo wir oben rausgebrochen sind. Und das ist schön. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt möglicherweise vor einer Umorientierung steht. Wenn wir uns das Ganze mal im großen Bild ansehen, haben wir nämlich endlich hier den Abwärtstrend rausgenommen. Das ist jetzt mal das ganz, ganz große Bild auf der Wochenbasis hier an dieser Stelle, das wir hier sehen. Und schaut mal hier, um die 0,88, da war der Korrektur oder das Korrekturhoch hier aus diesem Abwärtstrend raus. Und das haben wir nach oben überwuppt. Und jetzt haben wir hier schön steigende Wochen, drei schöne steigende Wochen. Und wir sind halt jetzt momentan genau an diesem großen Verkaufslevel aus der Woche. Also hier, dieses war ja hier unten, das war das ganz, ganz große Drehlevel. Da wurde hier diese, diese, sage ich mal, Supportbereich komplett abverkauft. Und dann ging es in den nächsten großen Schub nach unten. Das haben wir jetzt rausgenommen. Das sind übrigens auch Marker. Da geht der Markt oft nicht hier einfach durch. Wie ein heißes Messer durch Butter, sondern es verharrt so ein bisschen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier mal reinschauen. Und zwar mache ich jetzt mal den Trennverlauf der vier Stunden auf, damit wir uns hier ein bisschen mal so orientieren können. Wenn wir es mal zusammenzoomen, ich will es nicht zu weit zusammenzoomen, sonst können wir nichts mehr sehen. Ich mache es einfach nochmal ein Stückchen größer. Weil wir jetzt hier natürlich schön den Ausbruch haben. Schaut, das war die Seitwärtsphase in der Range. Die hatten wir ja hier auch schon besprochen. Und hier sind wir oben drüber geflogen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, schaut mal. Hier haben wir den Trendbeginn. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Schön nach oben gelaufen. Das ist jetzt interessant. Dann geht es hier oben noch ein bisschen, sage ich mal, in die Korrektur rein, nach unten hin. Wo haben wir schöne Anlaufpunkte? Da können wir uns wirklich, wenn wir uns jetzt mal nur auf diesen Schub hier nach oben beziehen, da können wir uns tatsächlich auf die Korrekturbewegungen, also in diesem kleinen Bereich, fokussieren. Der größere Anhaltspunkt ist natürlich hier unten die Marke von 0,88. Das ist das große Ausbruchslevel da oben. Aber wenn wir uns das Ganze hier mal untergeordnet anschauen, sollte es tatsächlich Korrektur geben, dann können wir uns mit Blick in die kleinere Zeiteinheit, also sozusagen im 15-Minuten-Chart, an den Drehbereichen orientieren. Und dann haben wir halt hier vor diesem Ausbruchslevel zwei Drehbereiche, die wir gut identifizieren können hier im 15-Minuten-Chart. Das ist einmal die Marke hier bei 0,88.5, ganz grob drüber. Und auf der anderen Seite hier unten, hier über den Daumen, ja, es ist ein bisschen runtergespiked, aber die runde Marke von 0,88.200, also das Ganze hier unten, da sehen wir die Marke, die wir unten drunter dran haben, wo wir möglicherweise Drehpunkt bekommen können. Wenn der Markt sehr stark bleibt, fällt er wahrscheinlich nicht mal mehr unter die 0,88.500, aber das Potenzial ist halt da, sollten wir hier eine Korrektur sehen. Ansonsten, wenn das gar nicht erst passiert und wir gleich jetzt schon schön hier an dieser Stelle oben rüber gehen, das wäre natürlich ein feines Stärkezeichen und das zeigt uns, dass der Markt weiter nach oben will und dass das Kaufinteresse hier längst noch nicht weg ist. Und das ist dann der Weg, den wir dann nach oben sehen können hier, die nächste Anlaufmarke an diesem Drehbereich hier oben bei 0,89.800. Das mit Blick auf Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Wunschmarkt Euro, US-Dollar habe ich auch gesehen, kommt in Kürze. Wir machen jetzt weiter mit dem australischen Dollar. Und zwar zuerst der Blick in das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Den sehen wir hier an dieser Stelle im Bild. Im Blog habe ich auch mit dem 4-Stunden-Chart gearbeitet, weil wir hier gerade ein schönes Verhalten sehen. Wir machen mal kurz noch den Blick in den Tagesschat hier rein. Da sehen wir den Tag. Der Tag hängt hier oben drinnen, im Hoch oben, hier in diesem Verkaufsbereich. Auch hier, ich raffe das Bild noch mal kurz ein kleines Stück zusammen an diesem Punkt, damit wir mehr sehen. Schaut mal, hier, dieser Bereich, dieser dicke Rote, den ich eingekennzeichnet habe, das ist ein wichtiger Schwankungsbereich. Auch hier, es hat lange gedauert, bis dieser Markt hier unten drunter durchgebrochen ist. Und danach gab es ein paar Versuche, drüber zu laufen, aber die haben immer wieder mit deutlichen Abverkäufen entsprechend geendet. Jetzt allerdings sieht die Situation so aus, als würde der Markt tatsächlich den nächsten Versuch nach oben hin starten wollen. Und das ist das Interessante. Das ist der Grund, warum wir uns das jetzt hier an dieser Stelle auch mal anschauen. Nämlich, wir sehen es hier schon im Tagesschat schön drinnen liegen. Wir befinden uns hier überhalb dieser Aufwärtstrendlinie. Also dieser hier an dieser Stelle, der Schub oben drüber und testen die Unterseite immer mal so ein bisschen an und kommen aber immer höher rein. Bleiben wir da drüber und schaffen den Sprung über die 0,69, 77, das wäre sehr positiv. Dann könnten wir nämlich direkt oben reingehen. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz noch im 4-Stunden-Chart an. Da sehen wir nämlich hier, wie der Markt leicht nach oben trendet. So richtig Dynamik nach oben kommt hier noch nicht rein. Das ist eher ein zögerlicher Anstieg. Das liegt auch ein bisschen da dran, wenn man sich mal beispielsweise den Future auch mit anschauen will. Ich kann das hier an dieser Stelle noch mal ganz kurz zeigen, wenn wir mal kurz auf Finwitz schauen wollen. Der Austral-Dollar-Future, der ist halt momentan noch relativ zögerlich unterwegs. Kurzen Augenblick, ich muss das nur mal kurz anmachen hier. Wo ist er? Da ist er. Ich ziehe den mal eben rüber. So, guckt mal hier. Das hier ist der Austral-Dollar sozusagen. Jetzt muss ich nur mal so auf Wochenbasis gehen. Der hängt hier so ein bisschen. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen gut erkennen. In diesem Bild, wartet mal, ich mache mal das Zauber hier mal so ein bisschen im Chat drinnen. Der hängt hier fest. Der schwankt hier oben drüber. Da muss man halt sehen, was kommt rein, was geht raus. Und das ist jetzt halt die Frage dieser Entscheidung, dieses Dreieck. Das sehen wir hier natürlich auch. Und das ist dann ganz klar, das Verhalten auch entsprechend, was wir hier im Austral-Dollar-US-Dollar sehen. Ja, doch im Austral-Dollar-US-Dollar sehen. Wenn wir hier tatsächlich oben drüber laufen, gibt es die Entscheidung. Dann gibt es auch die Entscheidung im Future. Und das ist das, wenn es nach oben aufgelöst wird, was dann doch etwas Potenzial zumindest kurzfristig hat. Kurzfristiger Anlaufpunkt wäre mal hier oben das Spike-Hoch im Widerstand bei 0,7064. Und wenn wir tatsächlich dort oben ordentlich Kaufdruck reinbekommen, dann haben wir tatsächlich das Potenzial, dieses Widerstandslevel sozusagen zu überschreiten. Und dann, jetzt müssen wir mal kurz in die Woche schauen, dann haben wir nämlich in der Woche, wir sehen es hier drüben im Chart, hier hinter mir sozusagen. Wir sagen, wir haben ein paar Anlaufpunkte da. Und diese Anlaufpunkte, die liegen im Markt. Der nächste liegt über der Marke von 0,72. Das sind gute Ziele zur Oberseite. Wie schon gesagt, da müssen wir uns aber oben drüber etablieren. Und dieses kurze Inhalten über diesen Bereich ist ein Zeichen, dass wir tatsächlich die Chance haben. Wir müssen aber drüber. Schafft der Markt das nicht, prallen wir ab, dann ist es unweigerlich notwendig, dass wir uns mit der Unterseite beschäftigen. Das wäre dann wieder so ein ganz, ganz typisches Verhalten, ein Abreißszenario an einem Widerstand. Und wenn wir das bekommen, das Abreißszenario, dann wäre mal der erste wichtige Indiz hier, die 0,6845. Fallen wir dort drunter, fallen wir wieder unter die ansteigende Trendlinie hier. Und das birgt dann die Gefahr für die Longseite, dass wir deutlich tiefer fallen. Und das ist dann natürlich die Chance. Aber für diejenigen, die den Markt short traden wollen, bricht der Markt hier tatsächlich unten drunter. Dann haben wir hier die nächsten kurzfristigen Anlaufpunkte. Hier so die Swing Lows unten drunter bei 0,68100, beziehungsweise hier unten bei 0,67770. Und dann können wir uns tiefer orientieren. Hier sehen wir das größere Ausbruchslevel im 4-Stunden-Chart. Hätten wir dann liegen bei 0,66700. Und damit haben wir einiges an Potenzial zur Unterseite. Sollten wir tatsächlich ein klassisches Abreißszenario sehen. Und damit schalten wir rüber zum nächsten Australmarkt. Und zwar sehen wir hier Austral-Dollar, kanadischer Dollar. Da haben wir gestern eine Etablierung über einem Widerstand gesehen. Und auch hier ist es so weit gekommen. Wir hatten den Markt hier schon mal vor kurzem gesprochen. Hier ist noch die Flagge drinnen, wo ich gesagt habe, wir sehen hier unter dem Widerstand. Hier sehen wir ja schön dieses Widerstandslevel an diesem Zwischenhoch des Abwärtstrends hier liegen. Da haben wir drinnen verharrt und hier kam sozusagen innerhalb der Flagge das Kontraktionsmuster. Ich nenne das Kontraktion, weil der Markt unter dem Widerstand immer kleiner geworden ist von der Schwankungsbreite her. Und deswegen Kontraktion in Form einer Flagge. Der hat der Markt nach oben rausgenommen und jetzt momentan konsolidiert der Markt so ein bisschen oben drüber. Und das gibt uns natürlich jetzt die Chance, weiter nach oben reinzulaufen oder rauszulaufen. Wichtig dafür ist, wir müssen hier natürlich über das Vortagshoch drüber. Also der untergeordnete Trend muss sich fortsetzen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal eben im 4-Stunden-Chart an. Und da sehen wir an dieser Stelle im 4-Stunden-Chart, dass der Markt halt oben drüber gelaufen ist. Momentan dieses Level oben drüber hält. Das heißt, wenn wir tatsächlich bleiben drüber, dann ist dieses Ausbruchslevel ein Unterstützungsbereich. Und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze nach oben fortsetzt, dann sehen wir halt das Potenzial, weiter nach oben zu laufen. Und das wäre dann sozusagen als nächster Anlaufpunkt mal hier oben die Marke von 0,95, 800 hier oben drauf. Sehen wir allerdings erst einmal ein bisschen Schub nach unten. Dann müssen wir einfach schauen, wo können wir uns denn ran orientieren. oder ran orientieren, können wir uns dann im kleinen Bereich sozusagen hier erstmal in diesem Zwischentief um die Marke von 0,93, 450, also 450. Diese Marke hier unten, das wäre das. Ansonsten, wie schon gesagt, Anlaufpunkte im kleinen Bereich hier. Wartet mal, das muss ich mal kurz umfärben. Da haben wir die Marke nämlich drin liegen. Also untergeordnet sozusagen im kleinsten Bereich hier an den Zwinglust. Das ist aber wirklich das ganz, ganz nahe, das ganz, ganz kleine, ganz grob die Marke von 0,93, 97 und 0,93, 84 in etwa. Das sind die Zwischentiefs, die wir hier haben, die durchaus anlaufbar sind, wo wir die letzte Kontraktion sozusagen so ein bisschen mit antesten können. Ob es so kommt, werden wir sehen. Wie schon gesagt, unten haben wir ein paar Marker, die als Support gelten können. Und das Ganze haben wir jetzt hier auch auf dem Schirm. Im Austral-Dollar, kanadischen Dollar. Und damit schauen wir jetzt noch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ist heute Morgen ein Wunschmarkt gewesen, Euro-US-Dollar an dieser Stelle. Und da gehe ich natürlich gerne auch drauf ein. Also Leute, die hier zuschauen, ich weiß ja, es gibt einige Zuschauer hier. Nicht schüchtern, seien wirklich rein mit den Wunschmärkten. Dafür bin ich auch da. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne drum. Das sage ich immer wieder und da wäre ich auch nicht müde. So, jetzt müssen wir uns mal den Euro anschauen. Der Euro. Also, ich echt, Leute, ich wäre aus dem Euro momentan echt nicht schlau. Also, ich hatte ja dieses längere Szenario schon mal für die Long-Seite angekündigt. Und wir hängen halt hier im Euro momentan echt in einer Range zwischen irgendwo 1,13,5 und 1,12, 1,11,9 einfach fest. Der Markt, der klebt in diesem Teil. Und aus jetziger Sicht echt, Leute, wir haben hier weder Fleisch noch Fisch. Das ist gerade jetzt kein wirklich guter Trading-Markt. Zumindest in der aktuellen Verortung. Schöne Verortung im Euro-US-Dollar haben wir wirklich. Wenn wir oben sind, also wenn wir das Ganze mal sehen hier auf der Oberseite der Range hier, beziehungsweise an der Unterseite der Range. Das sind interessante Marker, wenn wir uns dort befinden. Aktuell sehen wir halt immer wieder, wenn wir oben ran laufen, den Abprall und wenn wir unten drunter laufen, ebenfalls den Abprall. Also von oben nach unten und von unten nach oben. Das scheint momentan eine gute Strategie zu sein. Jetzt hängen wir wieder im Median rum, also irgendwo um die Marke von 1,12,8. Und das ist das Bild, was wir hier momentan haben. Fürs kurzfristige Trading, also das ist jetzt mal der 4-Stunden-Chart. Ich zeige das Ganze eben mal kurz noch im Tagesschart, damit wir das auch mal sehen können. Da sehen wir halt auch hier im Tagesschart diesen großen Schwungbereich. Und wir sehen halt unten mit den Kerzen, die unten ran laufen. Da gibt es immer die Schatten, wird sofort wieder abverkauft. Oben das gleiche Bild wird oben sofort, äh Quatsch, unten wird aufgekauft und oben wird abverkauft. So, jetzt habe ich es mit den Richtungen. Und das ist das, was wir hier momentan einfach im Euro, US-Dollar klassisch jedes Mal wieder sehen. Also dieser Schwungbereich ist da. Im kleinen Bereich, wenn wir jetzt mal kurz noch schauen wollen, für die kurzfristige Geschichte ist es jetzt halt so, wir haben jetzt natürlich hier nach dem Abprall von oben nach unten einen Abwärtstrend reinbekommen. Dieser Abwärtstrend ist auch intakt. Aber wir sehen in diesem Abwärtstrend halt jetzt nicht einen klassischen Runterlauf unter das Zwischentief hier unten drunter, unter diesem Bereich, sondern jetzt verharrt der Markt schon wieder hier unten. Ein bisschen Bewegung zur Unterseite könnte durchaus reinkommen, wenn wir hier unten unter dieses Level drunter laufen. Also hier unten drunter unter diese Marke. Ich mache das mal kurz in Magendafarben. Dieses Level, wenn wir tatsächlich dort drunter fallen, grob der Kursbereich um die 1,12,6, dann könnte es Abwärtsdynamik geben. Anlaufpunkte haben wir dann auch da stehen. Und zwar hier an dieser Stelle, da muss ich mal ganz kurz sehen, hier diese Marke. Die mache ich mal eben noch grün, weil es ja Auffangpunkte sind. Also diese Marke hier unten. Was wäre ein Auffanglevel? Schaut mal. Hier, dieser Drehbereich, um die, naja, was haben wir hier, 1,12,47 in etwa. Das wäre das Erste. Das zweite Auffanglevel, was wir dort unten haben, wäre die Marke von ungefähr 1,12,2, 1,12,19,5. Das wäre das. Und dann stehen wir schon wieder unten. Das heißt hier, wichtige Entscheidungsmarke, unter 1,12,6 könnten wir schöne Fortsetzung der Abwärtsdynamik sehen. Das wäre das eine. Auf der anderen Seite natürlich, hier zögert der Markt ja schon wieder von unten nach oben zu laufen. Das heißt für diejenigen, die es kurzfristig traden wollen, deswegen freue ich mich auch immer, wenn man irgendwo eine Frage gestellt bekommt, wo auch ein Zeitrahmen mit drin ist, wo man einfach sagt, hey Seidel, schau mal wieder in den Stundentrendverlauf. Ich will mal gucken, was hier kurzfristig los ist. Dann ist das natürlich eine Hilfe für mich. Also hier an dieser Stelle. Wenn wir tatsächlich hier über dieses kleine Zwischenhoch da drüber laufen, dann wäre das mal wieder so ein typisches Hickack hin und her. Aber die Chance natürlich, oben drauf zu laufen. Hickack hin und her, weil der Markt entscheidet sich mal wieder nicht für eine Richtung. Er will nicht runter, er will nicht richtig hoch. Laufen wir allerdings hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber. Das war ja hier drüben auch so ein kleines Verkaufslevel. Dann haben wir schon so ein bisschen die Chance, oben rein zu laufen. Punkte, wo wir ranlaufen können, wäre dann hier oben dieser Bereich hier. Wartet mal, da ziehe ich euch mal die Range kurz auch mit hoch. Dieser Bereich hier oben, das war hier oben der Drehpunkt, als wir abgeprallt sind, nochmal kurz durchgeatmet haben und dann der Rutsch kam. Das war der Abprallverkaufsbereich. Die Marke knapp 1,13. Da sind wir ran gelaufen. Das wäre durchaus kurzfristig eine Chance, oben rein zu laufen, wenn wir, wie schon gesagt, dieses Level hier bei 1,12, 82, 83 rausnehmen. Das zur Oberseite hin und wenn das dann natürlich weitergeht und der Markt sich sagt, Mensch, so hier so ein bisschen verharren in der Median, war genug. Wir schauen mal wieder, was oben kommt. Dann haben wir halt den Weg nach oben frei. Anlaufmarker hier zur Oberseite, bevor wir wieder in den Widerstand bei 1,13, 5 reinlaufen. Hier das kleine Zwischenhoch um die 1,13, 32. Die Marker auf der Oberseite. Und damit haben wir jetzt mal innerhalb der Range ein paar Anlaufpunkte, die durchaus kommen können. Wie schon gesagt, so richtig nachhaltig ist im Euro-US-Dollar momentan nicht wirklich was, weil wir halt mittendrin statt nur dabei sind, hier in dieser großen Range. Damit hätten wir das. Jetzt haben wir es 8.55 Uhr. Das heißt, ich schaue nochmal kurz in die Indizes rein. Der DAX an sich für mich weiter auch angeschlagen. Wir sehen es nach unten. Das interessantere Bild ist für mich momentan im US-Markt zu sehen. Aber, ja, wir sehen es hier mit Blick in den DAX. Und es ist immer wieder für mich so herausragend, wie die Charttechnik funktioniert. Also, wenn wir uns mal das Ganze hier anschauen, schaut euch das mal an, wo wir auch diese Marker reingelegt hatten, die Anlaufpunkte zur Oberseite auch darstellen. Es ist immer wieder hervorragend, wie es läuft. Wir hatten ja darüber gesprochen. Wenn dann hier an diesen Markern keine Käufe mal reinkommen, haben wir die Wahrscheinlichkeit, nach unten zu laufen. Und diese Bilder sind halt da. Und wir sehen es halt. Hier oben hat sich nach dem Abprall der Abwärtstrend etabliert. Mit Blick auf den DAX wird es jetzt zum Handelsbeginn relativ interessant, was hier unten in dieser Unterstützung passiert. Die zeichne ich mal ganz kurz ein. Wir haben hier einen, ich kann das sogar noch ein Stückchen reinziehen, ein bisschen rüberziehen. Wir haben hier einen Support-Bereich, um die, naja, was haben wir liegen? Wartet mal kurz, ich ziehe mal eine Linie runter. Schaut mal hier unten, dieser Support-Bereich, um die knapp, naja, wenn man es mal mit einer runden Marke bezeichnen möchte, 12.500. Das ist so ein bisschen die Nackenlinie, die wir hier momentan da haben. Wir sehen hier diese typische Konstellation, Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Bereich des Stundencharts. Wenn das jetzt natürlich ausgeklingt wird, das heißt, wir tatsächlich diese SKS nach unten triggern, dann haben wir natürlich Potenzial. Und wenn wir mal schauen, wie hoch hier der Kopf gelaufen ist, dann haben wir locker das Potenzial, hier unten reinzulaufen. An die Marke von 12.2 bis 12.1.50 in etwa. Also das Potenzial ist durchaus da. Wichtig ist, was hier passiert. Kommt es zum Abprall, laufen wir nach oben, dann sehen wir hier auch schon die wichtigen Marke. Also das Ausbruchslevel hier spielt keine Rolle mehr. Was aber eine Rolle spielt, ganz klar, wartet, ich mache den Chart gleich etwas größer. Was hier eine Rolle spielt, ist ganz klar hier. Wir sehen es ja, wie es nach unten geschwungen ist. Und wenn wir hier tatsächlich jetzt einen Abprall bekommen, wie sich das so kurzfristig zumindest jetzt mal kurz vor Handelseröffnung andeutet, dann haben wir schon die Chance, hier oben reinzulaufen an diese kleinen Zwischenhochs. Also hier um die Marke von 12.615, 16, 17, 18 Punkten. Und hier oben dann ganz grob die 12.600, naja, über den Daumen, 45. Also ihr wisst ja, wenn ich hier die Charts analysiere, ich bin da keiner, der auf den letzten Nachkommapunkt achtet. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es sind Bereiche. Und in diesen Bereichen passiert meistens irgendwas. Und dann kann man sich, oder ich mache es zumindest nicht, mich auf irgendeinen letzten Punkt festzulegen, sondern es sind die groben Bereiche. Und selbst wenn wir hier drüber schnäpfen, wir sehen es ja auch, was der Dirk Kilger jedes Mal in seinen Live-Tradings auch zeigt, er hat seine Bereiche, wo er reingeht, wo er sagt, da möchte ich jetzt triggern. Aber weil der halt auch ganz genau weiß, der Markt ist einfach manchmal ein fieser Hund. Der triggert was an und dann läuft, der läuft, der läuft da einfach noch ein Stück nach oben, um dann runter zu rauschen. Hat er ja im Endeffekt seine Order so angepasst, dass man getriggert wird, aber erst dann eingestoppt wird, wenn der Markt wieder zurückkommt. Dann wird das Order-Level hochgezogen und dann schiebt es runter. Das sehen wir oft genug an diesen Stellen, ja. Und das sind halt einfach die Punkte, wo man sieht, das sind grobe Bereiche und irgendwann ist ein Order-Flow vorbei und wenn dann keine Käufer mehr kommen, dann wird der Markt nicht mehr nach oben gehen. Dann haben wir einen Verkaufsüberhang. Ja, und dann geht es soweit los. Also, das wäre es mit Blick in den DAX. Ich hoffe, die Fragen sind gut beantwortet worden. Mehr Fragen sehe ich nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen. Diejenigen, die die Videos momentan im Nachgang schauen, weil sie vorher im GoToWebinar angemeldet waren, bitte einfach nochmal neu auf die Seite von Ticmel gehen. Fürs Webinar neu anmelden. Da kann man einfach die Neuanmeldung machen, weil wir den Wechsel zur Plattform gemacht haben, von GoToWebinar zu Zoom. Deswegen die Neuanmeldung. Also, das Ganze hier im Nachgang. Ich lade jeden ein, einfach reinzuschauen. Es macht Spaß. Mir vor allen Dingen auch, je mehr Zuschauer dabei sind, je mehr Fragen kommen auch. Ich sage jetzt danke allen, gute Trades und bis morgen. Ciao. So. So. Vielen Dank.